Ah, ich hab das nicht auf Aufnahme, Dicker. Fuck, ey. Na, kannst du zu spiele gehen. Boah, alter, ey. Deine Türmi. Oh, fuck, Mann. Was? Ich weg genug. Haha. Oh, fuck, Mann. So langweilig. Oh, Twitch, Twitch, Twitch. Oh, oh. Oh. Er ist hier oben, ne? Hä? Hä, will mich one-shoten, Warte? Ne, 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 ist unten noch so. Aber ich glaub, die wollen uns abfucken. Ja, das weggehen. Bevor das hier jetzt komplett cringe wird gleich. Von Kupilol gibt's hier so'n Guide. Ne, ich will das Video nicht gucken dazu. Nicht? Ne. Da. Ja, ja. Komm schon. Ey. Die sind beim Break, ne? Ja. Hallo. Ne, doch nicht. What? Oh mein Gott, Digga. Oh, zum Glück geht der AD, Digga. Der braucht zu viel Damage. Oh, ich bin beim Turret, ne? Ich bin beim Turret. Geh rechts rum. If possible. Ah, fuck, Digga. Aber ich weiß halt nicht, was der Champion tut so richtig. Deswegen bin ich noch nicht so gut, Digga. Ich komm langsam bot. Das können die so random Spites sein, Digga. Lass einfach auch normal fighten, wie grade eben die ganze Zeit. Wohohohoho. Woidad. Ah nuez. fields Oh, das Hauskirchen, oder? Oh, das ist wieder R.P. Oh mein Gott, Digga. Okay. R.P. Ich kann auch nichts gegen machen, du. No. Vor allem wenn wir die ganze Zeit voll spammen. Ja, wir haben einen Schwaner. Was? Sohle. Oh, oh. Oh, ich komme. Oh, nice. Ah, nein, nein, ich hab, oh mein Gott, ich hab, ich hab. Oh, fuck, Digga. Egal, du hast ihn, guten Job. Oh, oh. Hallo, ich bin da hier. Oh, Digga, ich hätte ihn gefickt fast. Hast du das gesehen? Ja. Digga, ey, da fehlte echt nicht mehr viel. Ach, stimmt ja. Was machst du, Mann? Was machst du, Mann? Warte, Watch out nach oben, Mann. Ich komme mit, Len. Aber... ...Shiwana-Fight. Irgendwie macht ihn mit, Len. Mooooon! Mach die mit, Len. Oh, whoops. S outside. Huh. Oh, warte. Egal, wenn ich mich als mein eigener, teammate jetzt abfucken oder was Digga. What? Help! Sasa, du bist ein Hurensohn. Tja. Nee. Yes! Oh! Ah! Monkey hat ihn. Ja. Monkey ist ein guter Monkey. Okay! Hä? Hallo, der Franken. Wir sollten Twitch uns ein Stinkindicator geben, ja? Ja. Dass du siehst, wo er hingeht. Ah, du. Ah, du. Ah! Oh! Du bist vorsichtig. Ich kann dir noch einmal helfen... Ah, na, was? Ich kann dir nicht helfen. Ich gehe Recon. Moin? Moin. Wo geh? Woaw! Woow woow! 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 Woow woow woow. ich habe ihn geschildert das ist ein hunderter schild ich will nicht sagen die arbeit liefst du positiv ich habe keine ahnung was ich da gerade getan hat aber wir lassen es einfach so steht oh du blockierst das eigentlich oh zazas du bist gar nicht hilfreich hau mal hau mal hau mal schibana Vielen Dank.